Hi, ich bin Iris von Rise and Shine Yoga. Ich gebe hier normalerweise einen Yoga-Kurs. Heute habe ich für euch ein Paket Bauch, Beine, Po mitgebracht, damit ihr in eurer Quarantäne auch körperlich was tun könnt und nicht total außer Form seid, wenn das Leben nach Corona weitergeht. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund und holt jetzt fleißig mit mir mit. Ich bin Iris von Rise and Shine Yoga. Ich bin Iris von Rise and Shine Yoga. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.